Ja, heyho Leute, ich bin's wieder, euer Basti und ich spiel heute mit euch, beziehungsweise hier mit ganz ganz vielen anderen Leuten, die Survival Games 4, ja, hier organisiert von, keine Ahnung wem, aber ja, hier so noch die kleinsten Vorbereitungen, es geht so bald wie möglich los, hier fliegt noch Noddop rum, er ist hier am Schalter, ja, ich werde auf jeden Fall erstmal wegrennen und 20.15 Uhr geht's los, wir haben jetzt 20.13 Uhr, so lang werde ich jetzt einfach noch ein bisschen labern, ja, auch wenn die Folge hier kurz wird, also falls sie kurz wird, ich hab nicht vor, dass sie kurz wird, aber, naja, falls sie kurz wird, lade ich sie trotzdem hoch, ich bin kein Pfosten, der eine kurze Folge sagt, Äh, ne, ne, man, lad ich nicht hoch, ey, ne, mach ich nicht Ja, und, ähm Ähm, keine Ahnung, was soll ich jetzt noch labern, ich werde auf jeden Fall erstmal wegrennen Und, äh, ja, es ist einfach am sichersten, ne, äh, ja, bin jetzt echt mal hier gespannt, was die Map so richtig kann Ich bin gestern, als die rauskam, äh, nur einmal drüber geflogen, hier mit, äh, ein paar anderen Aber ich konnte nicht wirklich feststellen, ob die Map was kann oder ob sie nicht kann Das finden wir jetzt hier, ähm, heraus Und, äh, ja, ich, also, ich bin echt mal gespannt, wie lange ich durchhalten, äh, sollte Verdammt, wieso muss ich jetzt ausgerechnet jetzt pissen? Ey, nee, das mach ich jetzt nicht, ich zieh das durch, Mann Äh, okay, jetzt hab ich hier einen Apfel bekommen, den hebe ich mir mal schön auf Oder, oder soll ich so fair sein und ihn wegwerfen? Nee, andere machen das bestimmt auch so Naja, ähm, ihr könnt auf jeden Fall in die Beschreibung gucken, da sind alle anderen, die hier mitspielen, verlinkt Und auch, äh, mein Mörder wird verlinkt sein und meine Opfer werde ich verlinken, äh, äh, und, ja, deswegen, äh, auf geht's, jetzt mach mal, ich will zacken Okay, da hat jemand vielleicht, so, Schalter Okay Okay, ja, Schalter Wie oft noch Schalter Äh, hat's, what the fuck? Es ging einfach los ohne Countdown? Ja, das ist auch gut, naja, wurscht So, äh, ich bin mal gespannt, wann sich der Erste hier, äh, beschweren wird, oder so Es gab, es gab, es gab, es gab keiner, der, äh, der sich beschwert hat, dass es keinen Countdown gab Ich werde jetzt mal hier reingehen und da ist gleich mal eine Kiste mit einem Kuchen Warte, will ich mit, oh, oh, verdammt Hier ist ein Tripwire Verdammt, ich hab mich gleich mal hier in eine Falle reinge... Gut, dann bin ich hier jetzt auch erstmal sicher Und da, na toll, hier kann ich mich umbringen, oder was? Nö, steh ich nicht ein Ich bin ja so am Pfosten, ne? Egal, hier bin ich sicher Und, äh, ich hab schon eine Idee, wie ich hier rauskommen könnte Auf jeden Fall, äh, indem ich Das da wegmach So Und da hochgehe Und dann versuche, da rüber zu kommen Geht das? Wartet mal, wartet mal, wartet mal, ich muss überlegen Naja, mach mal einfach mal das hier weg So Wow Wow, 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 nein Okay, probieren wir jetzt mal so lange aus Ähm, hier kommt auf jeden Fall keiner rein Gucken wir mal raus Oh Ja, ne, äh, ich komme hier auf jeden Fall raus Wenn ich das irgendwie gebacken kriege Hier um die Seite rum Nein, geht das nicht, Mann Das muss doch irgendwie gehen Wupp Wieso geht das nicht, Mann Jo Aber das ist schon mal, äh, ja Ein Zeichen dafür, dass ich die Map nicht kannte Nicht kenne Und Redlan ist schon tot Crafting Carl ist auch tot Und ich chill hier immer noch in dieser Falle Ich probiere jetzt was Ja Ja Gut, okay Also die Survival Games Äh, Games Ja, die gehen für mich auf jeden Fall mal weiter So, hier Ganz vorsichtig Gucken wir mal hier raus Hallo, irgendjemand da? Hallo Ach, cool Da oben ist eine Kiste Ha, ha, ha Ah, und hier ein Ja, das ist Das finde ich ja schon mal Positiv Äh, und echt gut Und sehr viele Die sterben jetzt Ähm Zero Van ist tot Lücke Felix ist tot Äh, okay Sau viele sterben grad Das finde ich irgendwie witzig Äh Ja, also Ähm So, also ich Ich will jetzt auch nicht campen oder so Aber ich will halt auf Nummer sicher gehen Und auch, äh, ja Ich, ich, ich mach mir hier so einen Weg über die Bäume Äh, das geht ja aber hier relativ schnell bei diesen Survival Games Also hier Oh Ach, grad gedacht Hier, also hier ist ein Chicken, ne Das will mich nicht angreifen Hoffe ich doch Ähm Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal von Baum zu Baum Wupp Ach, verdammt Fail Okay, jetzt muss ich aufpassen Ist das da hinten eine Kiste Da ist eine Kiste Ich glaube, die hat sich eh schon jemand geschnappt Gucken wir doch einfach mal Hallo Irgendjemand da? Geht weg Oh, nein, da hinten ist jemand Weg, 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 weg Oh, nee Da ist jemand Weg Leute, weg Okay, 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 das ist ja mal hier witzige Sache Ich hoffe, der verpisst sich jetzt langsam mal Äh, ja, ich gehe mal hier an der Seite hoch Komm, komm ich da irgendwo hoch Da, da Und da Und dann hier hoch Vielleicht ist ja da oben was Hier, ich weiß nicht Das ist hier ja wie eine Treppe Äh, angelegt Vielleicht verbirgt sich da oben was Man weiß ja nie Gucken wir einfach mal Oh, da ist jemand Geh weg Nein Der soll weg Hau ab, du Hund Wer ist das? Wer ist das? Ach, das ist Domse Geh weg, Domse Geh weg Okay, gut Äh, entweder er hat mich nicht bemerkt Oder, äh, verschont mich Ich betrachte das mal ganz kurz Okay, okay, okay Gut Ich bin hier oben eigentlich relativ sicher Ich hoffe, dass ich hier irgendwo Da oben ist Licht Das ist schon mal Sehr gut Das ist schon mal sehr gut, dass da oben Licht ist Okay, dahin Oh nein, der kommt von der anderen Seite Mann, ey, Domse, verpiss dich Also, äh, so Und da geht's noch Ne, da geht's auch nicht hoch, ne Irgendwie saudo Äh Gucken wir jetzt mal Wop Da geht's aber Nein, da geht's auch nicht hoch Was tun die? Oh man Okay, aber Hauptsache Domse bleibt dahin Und er killt mich nicht Meine Nase ist gerade, äh, ein bisschen verstopft Und ich hab keinen Tempos da Und will jetzt auch nicht rotzen hier Deswegen, falls ich mal irgendeine Wörter verschluck oder so Nicht der Böse sei Oh, nö, da unten ist Pixel Und dahinter ist Mahet Und, okay, okay Das betrachten wir mal kurz Und ich hoffe, Domse kommt das näher Ah, das ist ja mal witzig hier Oh, okay Ja, ähm Also, ich gehe ja den Leuten eigentlich schon aus dem Weg Aber, äh, wenn's halt hart auf hart kommt Dann würde ich auch zuschlagen Sagen wir's mal so Aber jetzt, äh, unbedingt hier Okay, wenig Raft ist auch tot Äh, okay Ist ja mal hier Full Hardcore Äh Aber ich lebe noch Wetten bei mir kommt, äh, hit the ground too hard, ne Äh, komm ich hier weiter irgendwie Hallo? Nein, ich will doch da hoch Da doch Ähm, äh, ja Okay, also ein bisschen verwirrt Aber hier muss es doch irgendwo was geben Ich gehe jetzt einfach mal auf die andere Seite Fertig Hallo, 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 hallo Alter, Domse killt hier alle, Mann Der hackt doch Domse hackt eindeutig So Und so Du Hurensohn Okay, jetzt darf ich was zensieren Ne, muss ich nicht Ähm Da hinten ist keiner mehr Verreckt du AIDS Äh, okay, okay Nein, das lese ich jetzt nicht vor Alter, wieso killt Domse alle? Ähm Ja, oh nein Jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren Ähm, äh Stell dir das mal Mam, mam, mam War das unklug von mir oder War das okay? Ich gehe da mal in das Flughafengebäude rein Wupp, wupp Au, au, kacke Oh, 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 oh Okay Hallo Irgendjemand da? Hallo Okay, da rein Äh, ne Kiste Da war aber nix Oder Ey, nein, ich, ich, ich gehe da hoch Hallo Hallo Keine Kiste mehr Ey, was soll das? Da auf nem anderen Balkon Wupp Oh nein, fehl Wups Äh Ja Ich nehme das Gebäude Seid mal so auseinander Geh da die Treppe hoch Und guck mal Da ist niemand Da muss man echt aufpassen Hier, ah, hier ist ne Kiste Und die ist logischerweise leer Na toll Na toll, na toll, na toll Okay, äh, in welche Richtung Wupps In welche Richtung laufen wir, äh, mal nach da hinten Äh, wer ist denn noch alles im Spiel? Ich weiß es nicht Ähm Ich spazier hier einfach mal durch die Gegend Was ist eigentlich das hier für ein Gedöns? Irgendwo hier ne Kiste? Nein, 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 nichts Ähm Da ist ein Huhn Och nö, ist es Domse? Okay, ich chill mal hier Ich hab ja nix Okay, versteckt er sich? Nein, der hat sich hier verpisst Da hinten sind Also, wieso fliegt Pixel? Okay, wo ist denn Was tun die hier alle? Ah Die springen hier rum Okay Wo ist denn Domse hin? Äh Okay Oh, hier ist Domse Hallo Domse Uh Der hat mich nicht gesehen Ich hab nämlich gar nichts an Ausrüstung Hallo Domse Ja, ne Ne, ne, ne Domse Okay Okay, ich verfolge ihn einfach mal Still und heimlich Hier ist ne Kiste Und die ist auch leer Logisch, ne Ähm Gibt's sonst noch wat? Äh Da oben Da oben Da wird man mich loben Äh Ne Ah Cool Domse ist tot Okay 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 Ich spring jetzt einfach mal hier über Taus Es wird wahrscheinlich so lecken Dass ich äh Runterfalle Passt auf Passt auf Wow Nein, nein Doch nicht Okay Oh, hier oben fliegt Notop Notop Verpiss ich Nein Wenn ich auch Oh Ich schleiche mich jetzt da von hinten Ah, nur mal rein nein 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 neinja nein 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 einen versuch der red weg von mir wegigkeiten man okay das war's dann auch von mir mit den harmony vemos ich hoffe es hat euch gefallen so die kleine runde und dieser mutige versucht den anderen da zu killen und Und, äh, ja, äh, bis zum, äh, nächsten Mal oder so, äh, ciao.